Chaitanya offenbart alle Shaktis, in Klammer Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta, 18. Eines Tages kündigt Prabhu an, dass heute Tanzen stattfinden solle, nach der Art eines Theaterstücks, und er beauftragt den Sadha Shiva, Bodhimantakan, die Kostüme bereitzuhalten. Gadadhara soll sich als Rukmini kleiden, in Klammer Krishnas geliebte Gattin in der Lila des Königslands, Brahmananda als Rukminis ältere Freundin, Nityananda als Vadai, in Klammer die weißhaarige Asketin in rotem Asketengewand, welche Bhagavans Yogamaya in Gestalt ist und die Spiele Rathas und Krishnas und alle anderen Lilas bewerkstelligt. Haridas solle der Polizeiinspektor sein, das heißt der furchteinflößende Ware der Ordnung. Schrievas solle Narada sein, Schrie Rama dessen Schüler, Schrieman ein Lichtträger. Auf den Löwenthron solle Gopinath sitzen und er selbst werde tanzen. Bodhimantakan bringt schnell die Kostüme herbei, Prabhu ist zufrieden und sagt, Ich werde als weibliches Wesen tanzen, in der Kleidung Lakshmis. Fußnote 408 Hier ist Lakshmi als die Urgestalt sämtlicher Schaktis gemeint, aus der alle anderen Schaktis stammen. Lakshmi als die sogenannte Adya-Schakti. Doch sage ich euch eins, nur der darf zuschauen, nur der darf in das Haus herein, der vollkommen Herr über seine Sinne ist. Und da wurden alle sehr, sehr niedergeschlagen. Fußnote 409 Sich für erbärmlich zu halten, obgleich man auf hoher Stufe steht, gehört zum Wesen der Bhaktas. Ich habe keine Bhakti. Ich bin ein armseliges Wesen, das keineswegs jenseits der Anfechtung der Sinne ist. Das ist die Anschauung des Bhakta über sich selbst. Als allererster warf Advaita seine Rolle hin und sagte, Da kann ich heute bei deinem Tanzen nicht zuschauen. Ich bin einer, der seine Sinne nicht besiegt hat. Und Schrivas sagte dasselbe von sich. Da lachte der Herr ein wenig und sagte, Wie solle das Tanzen stattfinden können, wenn ihr nicht dabei seid? Chaitanya, welcher der größte aller Schauspieler ist, sagte, Sorgt euch nicht. Ihr werdet heute alle die größten Yogis sein. Ihr werdet mich in der weiblichen Rolle sehen und doch wird niemand in Sinnesverwirrung geraten. Als sie die Worte des Herrn gehört hatten, freuten sich Advaita, Schrivas und die anderen Bhaktas gar sehr. Wie Schwambara und die Bhaktas gingen zum Hause Acharya Chandra-Shekharas. Auch Saatchi und ihre Schwiegertochter gingen hin und alle, die wirklich seine Bhaktas sind und deren Frauen, um ihn als Lakshmi zu sehen. Chandra-Shekharas hat wirklich ein gutes Geschick, das Prabhu, die Gottesmacht in seinem Hause, aufleuchten ließ. Und der Herr wies die Bhaktas an, sich für ihre Rollen zu schmücken. Da fragte Advaita, welche Rolle er spielen solle. Und Prabhu sagt, Alle Rollen sind deine Rollen. Spiele, wie du magst. Doch Advaita hat kein Bewusstsein der Außenwelt. Welche Rolle soll er also spielen? Er zieht die Augenbrauen zusammen und geht überall umher. Er tanzt im Bewusstsein jedes Einzelnen. Das heißt, er versenkt sich ganz in ihre Rollen, ohne sich je zu verkleiden und ist beinahe so wie der Spaßmacher des Stücks und wird von den Wogen wahren Glücks dahingetrieben. Fußnote 410 Der Spaßmacher, in Klammer, Vidushaka, spielt im indischen Schauspiel die Rolle des Narren, der den Helden des Stücks erheitert. Am Anfang findet lautes Kirtan statt. Mukunda beginnt mit dem Gesang. Rama, Krishna, Narahari, Gopal, Govinda. Als erster tritt Haridas auf mit langem Schnurrbart und einem Stock in der Hand. Passt alle auf, passt auf! Er, der das Leben der Welt ist, wird im Gewand der Lakshmi tanzen. Und mit dem Stock fuchtelnd rennt er umher, während seine Herrchen sich sträuben und rufen. Verehre Krishna, diene Krishna, sing den Krishna-Namen und voll stolz geht er zu allen hin und ruft sie an. Die Bhaktas sehen ihn und lachen und fragen, wer bist du? Und Haridas sagt, ich bin der Wächter von Vaikuntha. Ich rufe und wecke auf. Aus Vaikuntha ist der Herr hierher gekommen. Er verteilt Prema-Bhakti. Im Gewand der Lakshmi wird er heute tanzen. Also nehmt so viel Prema-Bhakti in Empfang, wie ihr könnt. Und Haridas zieht sein Schnurrbart-Ende in die Länge und eilt unter allen umher. Von Murari-Gupta begleitet. Beide, die geliebten Diener des Krishna, sind in begeisterter Freude. Fußnote 411 Alle freuen sich, dass Prabhu heute in einem freudigen Spiel heiter als der Herr, in Klammer nicht als Bhaktar, mit ihnen spielt. Und dass Kirtan und Tanz stattfinden. Ohne die Tragik, die sie erleben, ohne die Tragik, die sie erleben, wenn er plötzlich in Trennung von sich selbst gerät. Da kommt Schrievers herein mit einem langen weißen Bart, Sandelzeichen am ganzen Leibe, mit der Laute, in Klammer Wiener, und der Schulter und heiligem Kuschergras in der Hand. Nach allen Seiten umherblickend. Ihm folgt Ramai Pandit, die Sitzmatte für Narada unter dem Arm, das Wassergefäß in der Hand, und er gibt dem Narada die Matte. Und Schrievers setzt sich und sieht genauso aus wie Narada selbst. Sie alle lachen, als sie den Schrievers sehen. Advaita fragt mit tiefer Stimme, Wer bist du? Weshalb bist du gekommen? Und Schrievers sagt, Vernehmt, ich bin Narada. Ich singe von Krishna. Ich gehe in den zahllosen Universen umher. Da bin ich nach Vaikuntha gekommen, um Krishna zu sehen. Und da höre ich, dass Krishna nach Nadia Navadvipa gegangen ist. Und wirklich, ich sah, dass Vaikuntha leer ist. Prabhu und die Saji und alle Parishadas waren fort. Und das leere Vaikuntha freute mich nicht. Und an Krishna denkend, kam ich hierher. Heute wird Prabhu hier im Kostüm der Lakshmi tanzen. Deswegen bin ich hierher gekommen. Alle freuten sich um seine Worte, die davon zeugten, dass er ganz in Krishna gegründet ist. Sie lachen und rufen, Sieg, Sieg, Schrievers Pandit, ist wirklich von Narada nicht verschieden. Die gleichen Worte gebärden dieselbe Gestalt. Saji Devi und die anderen sind ganz versunken in den Nektar des Rasa von Krishna. Und sie fragen die Malini, in Klammer, Schrieversas Frau, ist das der Pandit? Und Malini bestätigt es. Saji ist erstaunt. In Glück fällt sie in Ohrenmacht. Sie ist wie leblos. Und die anderen Frauen eilen herzu, rufen ihr ins Ohr, Krishna, Krishna, und sie erlangt wieder Bewusstsein. Doch das Bewusstsein der Außenwelt kommt nicht völlig zurück. Dann tritt Prabhu wie Schwambara auf, nachdem er ganz und gar in das Bewusstsein Rukminis versunken sich verkleidet hatte. Und in seiner Versunkenheit in Rukmini, die Tochter des Königs von Vidarbha, weiß er nichts mehr von sich selbst. Er weint, die Tränen werden zu Tinte. In Klammer, die Augenschwärze, der Ruß, der auf die Ränder der Augenlider aufgetragen wurde, löst sich auf. Die Erde wird zu Papier und seine Finger zum Schreibzeug. Und weinend, weinend trägt er den Brief vor, den Rukmini an Krishna schrieb und der in sieben Strophen im Bhagavatam wiedergegeben ist. Und in Liedform erklärt er die sieben Strophen, die Bhagavan, ihr Gatte, hört. Fußnote 412, Liedform, entsprechend Bhagavatam 10.52.37-43. Die Bhaktas weinen und lachen in Bremer und Harry rufen, erfüllt Chandrasekharas Haus. Und dann ruft Harry das. Passt auf, passt auf! Und im Gewand des Narada tanzt Schrivas. So gingen die ersten drei Stunden dahin. Gadatara tritt als Rama, in Klammer Lakshmi, auf. Mit Brahmananda als ihrer Großmutter Subabra. Diese trägt einen Bambustock und ein Körbchen. Haridas, Schrivas und Gangadas fragen sie, wo sie her sei. Brahmananda antwortet, dass sie nach Matura gehen wollen, doch würden sie heute bleiben, wenn man ihnen einen Platz zum Bleiben gebe. Gangadas sagt, ihr fragt zu viel. Advaita greift ein und verbietet weitere Fragen. an die Frauen anderer zu stellen, die wie Mütter zu einem sind. Und er sagt, dass sein Herr das Tanzen und Singen sehr liebe und sie eine gute Belohnung erwarten dürfen. Und Brahmananda und Gadatara tanzen und singen. Besonders Gadatara tanzt in Bremer ganz wunderbar. Bei seinem Tanze weinen alle und aus Gadataras Augen strömen Tränen. Gadatara weint, als ob er die Ganga selbst wäre. Er ist wahrlich die ewige Gattin Krishnas. Chaitanya selbst hat ihr oft gesagt, Gadatara ist meine Gattin. in Klammer Panthi in Vaikuntha Alle sind in Tränen aus Bremer zu Krishna als Gadatara im Gewand der Gopika tanzt. Fußnote 413 Gadatara wird beschrieben, wie er als Rukmini tanzt, dann als Rama in Klammer Lakshmi und schließlich als Gopika in Klammer Radha. Es war dem Bhakta und der Kraft seiner Bhakti überlassen zu erkennen, wer jemand ist. In Gadatara sind alle drei Schaktis enthalten. Dann tritt Prabhu Vishwambara als die urerste Schakti in Klammer Adya Schakti auf und Nityananda als die Purnamasi in Klammer wörtlich Vollmondlicht eine Bezeichnung einer der Seinsweisen der Yoga Maya. Doch vermochten die Bhaktas nicht zu erkennen, wer er ist. Denn je nach dem Charakter des einzelnen Bhakta sah ihn jeder nach seiner eigenen Weise. Als Kamala in Klammer die Tochter des Meeres als Sita in Klammer die Gattin Ramas als Lakshmi in Klammer die Shakti Narainas als Reichtum Vrindavans in Gestalt in Klammer eine Bezeichnung Radhas doch wird der Name Radha nicht ausgesprochen. Als die Bhagirati in Klammer die Ganga als Daya in Klammer göttliche Gnade in Gestalt als die Maha Maya Selbst diejenigen die Prabhu von seiner Geburt ankannten vermochten ihn nicht zu erkennen Sogar Saji seine Mutter konnte es nicht Sie fragte Ist Lakshmi aus Vaikuntha gekommen? Er selbst der Shri Hari wurde die Bhakti selbst die Herrin aller Yogas Fußnote 414 Das heißt es blieb nicht beim Kostüm Die mannigfaltigen Shaktis die jeweils untrennbar von jeder Seinsform Bhagawans und von jedem der Avatare sind sind in Radha gegenwärtig die der Grund aller Shaktis ist und alle diese verschiedenen Gestalten der Bhakti zu Bhagavan wurden in Chaitanya in Klammer der Krishnas und Radhas Wesen in einer Gestalt ist nun im Tanz offenbar Mahadeva Shiva selbst geriet in Sinnesverwirrung als er einst die Shakti in Gestalt der Parvati in Klammer seiner eigenen Gottesmacht vor sich sah Doch nun wurde keiner seiner Bhaktas verwirrt denn in seiner ergreifenden Gnade schenkte Prabhu allen Gnade und alle schauten auf die Shakti die vor ihnen war als ob sie ihre eigene Mutter wäre Advaita war es als sei die ewige Mutter herbeigekommen und er treibt im Ozean von Krishna Prima und Prabhu tanzt als Mutter und singt entsprechende Lieder bald singt er O Brahmane ist Krishna gekommen da war er wie Rukmini die den Brahmanen Boden fragte ob Krishna nach Erhalt ihres Briefes gekommen sei dann wieder unendliche Strömen von Tränen wenn er laut dröhnend lacht ist er die Mahajandi in Klammer die Mahamaya wenn er schwer dahin schreitet ist er die trunkene Rivati in Klammer die Gattin Balaramas bald sagte er komm Badai in Klammer Großmutter Purnamasi lass uns nach Vrendavon gehen das ist er die schöne von Gokula in Klammer Radha in tiefem Nachdenken in der Haltung Virasana sitzend ist er die Herrin über alle Yoga Kräfte alle seine eigenen Shaktis und all die Shaktis in allen Universen wurden offenbar gemacht während er im Kleide der Rukmini ist und unter diesem Vorwand lehrt er alle dass niemand seine Shakti schmälen und lästern möge denn all die vielen Shaktis die weltlichen wie die vedischen in Klammer das heißt die in der Welt wirkenden sowie die seines eigenen Reiches soll man gebührend achten denn nur dann erhält man unerschütterliche Bhakti zu Krishna wer sie mit Feindseligkeit betrachtet tut Krishna wehe in Klammer sie alle sind ja formen der Bhakti zu ihm doch wenn man Krishna samt denen die zu ihm gehören kultisch verehrt dann freut sich Krishna was Krishna Chandra hier lehrt ist die Wahrheit nur unglückselige Wesen die keinen Anteil an Bhakti haben deshalb von bösem Sinne sind nehmen seine Belehrung nicht an Fußnote 54 gemeint ist es ist unmöglich Krishna ohne Radha zu verehren oder Shiva ohne Parvati denn die entsprechende Gestalt der Shakti ist die Bhakti zu ihm und ohne ihre Gnade kann man ihn nicht erkennend lieben doch ist die Shakti nicht selbstständig von ihm man muss sie zusammen mit ihm verehren Freude Tränen der Bhaktas bei Vishwambaras Tanz er selbst mit Zittern Schweiß Herrchen sträuben endlosen Tränen Chaitanya Goswami selbst die Gestalt von Bhakti und der Herr fasst den Nityananda bei der Hand wer kann die Seiten Blicke beschreiben die er dem Nityananda gab dann zündete Schrieman Pandit Lichter an Haridas mahnte alle Acht zu geben Nityananda fällt in Ohnmacht zu Boden Dahin ist die Verkleidung als alte Großmutter Purnamasi Alle Vaishnavas weinen Unerhörtes Weinen aller in Krishna Brema Er der Sohn Satchis macht sie alle laut weinend und sie alle fallen einander um den Hals und jeder nimmt den Staub von den Füßen der anderen Dann besteigt der Herr den Thron mit Gopinat im Schoß er als Mahalakshmi und alle stehen vor ihm mit gefaltenen Händen und er fordert sie auf ihn mit Preisliedern zu besingen und sie tun es die einen mit Preisgesang an Mahalakshmi die anderen mit Preisgesang an die Chandi in Klammer Mahamaya und sie alle preisen die Shakti als die Mutter der Welt Fußnote 416 er hatte ihnen die Gabe gegeben die Shakti als Mutter zu sehen in zwischen war es Nacht geworden und die Nacht vergangen doch sie wussten nichts mehr von Zeit und Raum das Morgengrauen erschreckte sie der Tanz ging zu Ende alle sind zutiefst niedergeschlagen die Frauen der Bhaktas sind ihrem Wesen nach Narayni die göttliche Macht Naraynas und all die anderen Shaktis Bhagavans alle Frauen weinen und fallen der Saji zu Füßen und als er sie alle weinen sieht gibt er ihnen die Gabe dass sie sich als seine Kinder wissen und er nimmt sie alle an seine Brust er selbst ist Kamala Parvati Daya Maha Narayni geworden und war machte er das Wort der Gita in Klammer 9.17 Ich bin Vater Großvater Amme Mutter und sie alle trinken von seiner Brust das heißt der Brust der Shakti und werden trunken vom Raser des Bremer Diese Lilas sind ohne Anfang und ohne Ende nur sichtbar werden und unsichtbar werden Fußnote 417 Hier wäre ganz stark der Theorie widersprochen dass etwa die Maya selbstständig sei Die Maya wie alle Shaktis hängen von ihm ab Er ist derjenige welcher der Inhaber der Shaktis in Klammer Shaktiman genannt wird Nach seinem Willen lässt er die Maya Shakti aus sich heraustreten Sie ist ihm untergeben Da sie aus ihm stammt stammt auch die Welt also im letzten Sinne aus ihm Und solche Lila tat er in Navadvipa Alles was in allen Universen grobstoffliche und unsichtbare feine Substanz in Klammer Psyche und so weiter ist Alles stammt aus ihm Alle Entfaltung Alles Zusammenkommen Alles geschieht nach seinem Willen Und die Entlassung unendlich vieler Universen ist ein bloßes Spiel für ihn Alles seine Kostümierung erfolgt jeweils auf seinen bloßen Wunsch Doch ist alles Kostüm Wahrheit Um die Chivas zu retten geschieht dies alles Dieses unerhörte Tanzen Chaitanyas als Gopika Ratha ist der innere Reichtum aller Weden Und Nityananda ist immer das was dem Prabhu Chaitanya jeweils entspricht Wenn er die Gopika ist so ist Nityananda die Badai in Klammer die Yogamaya die seine Lila gestaltet Ohne Prabhus Gnade lässt sich das nicht verstehen Ein so starker Glanz war für sieben Tage nach diesem Tanz in Chandrashekaras Haus dass die Menschen vom Glanz geblendet die Augen nicht öffnen konnten Die Bhaktas hörten was die Menschen sagen doch schweigen sie über das was sich abgespielt hat und lachen in sich hinein Es ist Chaitanyas Maya in Klammer Yogamaya die alles verborgen hält Solch unfassbare Lila spielt er mit seinen Bhaktas in Nabat Vipa Fußnote 418 Ein aus Delilah Krishnas dass Chaitanya und seine Gefährten ohne ausgeschriebene Rollen in Navat Vipa aufführten während im dritten Akt des Dramas Chaitanya Chandrodhaya als Stück im Stück vollständig wiedergegeben darin spielt Shrivas wieder den Narada das heißt sich selbst Nityananda die Yoga Maya der hohe siebziger Advaita spielt mit Chaitanyas Kraft den ewig jugendfrischen Hirtenjungling Krishna der Lila von Vraja Chaitanya selbst spielt die Radha die Theaterstücke die Chaitanya mit den Seinen in Navadvipa improvisierte bilden den Anfang des Dramas in der Bengali Sprache Dramas